Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück. Ich will einmal bitte... Ich nehme mal hier die Bomben. So, ähm... Ich habe keine Ahnung. Äh, da muss ich Ruto rauf. Ich habe keine Ahnung, wie ich die besiege. Okay, ich muss hinten den Schwanz angreifen, wie es aussieht. Die machen mir zu viel Damage. Kannst du mal... Link. Du greifst echt dumm an. Danke. So, okay. Gut, wir brauchen Ruto. Meine Güte, ey. Also, kämpfen bin ich super. Wir gehen erstmal hier hinten lang, glaube ich. So, denn der Schalter öffnet das da jetzt. Genau. So, dann lege ich Ruto hier ab. Der Antisie bleibt jetzt auf dem Schalter und wir... ...können hier noch nichts machen. Wir müssen erst einen anderen Weg gehen. Ey! Wie unaufmerksam von dir! Ne, 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 ne. Gar nicht unaufmerksam, ey. Blöde Kuh. So, gut, dann gehen wir zuerst den anderen... ...andern Weg. Diese Viecher, ne? Wir sind ja mal übel nervig. Da können wir noch nicht lang. Genau. Bleibt der jetzt gedrückt, wenn ich hier drauf... Herr Schalter, sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du alleine zu... ...zu leicht bist. Ja, ich hab doch hier Ruto dabei. Warum sagst du mir das denn nochmal, Navi? Dein Ernst? So, bleib mal hier sitzen, Ruto. Wir haben kaum noch Leben, ne? Bisschen unlucky gerade. Naja, okay. Hä? Oh, lol. Okay, wir müssen warten, müssen rauskommen. Komm raus. Nice. Okay. Jetzt den hier. Komm raus. So, und... Oh, Herzen. Huh. So, und jetzt noch den Letzten hier. Der muss jetzt auch noch rauskommen. Komm, 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 komm. Komm. Hä? Die sollt er losgelassen. Kannst du mal rauskommen jetzt? Achso. Muss ich einmal über die laufen? Ich glaub schon. Okay, gut. Und ich glaub, hier bekommen wir jetzt auch schon unser Dungeon-Item, ne? Ich glaube, hier bekommen wir unser Dungeon-Item. Falsche Seite. So. Ja. Dürfte das Dungeon-Item sein. Der Boomerang. Nice. Wir bekommen den Boomerang. Dieser Text. Okay. Nice. Manchmal, ähm... Drück ich auf den C-Stick. Nach unten. Aber er nutzt nicht nach unten, sondern nach rechts. Das ist ein bisschen doof. Aber egal. So. Jetzt können wir nochmal ganz hinten in den Raum. Und ich glaub, jetzt kann ich auch diese Viecher hier ganz leicht besiegen. Ja. Endlich. So. Zack. So. Zack. Hey. Zack. Oh, war ja klar. Wir kommen raus. Blöde Kuh. Blöde, blöde Kuh. So. Ich glaub, das Teil ignoriere ich jetzt, ey. Kein Bock gegen das Ding zu kämpfen. Zack. Hinlegen. Oder hinsetzen. Und jetzt ist das Teil dort oben. Ah. Zack. Jetzt kann ich sie nicht treffen, ne? Nee. Nochmal. Nochmal. Und noch ein letztes Mal. Okay. Aber kommen wir, glaub ich, die... Bestimmt die Karte oder Kompass. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Hoffentlich die Karte. Die ist mir um einiges wichtiger, bitte. Gib mir die Karte. Gib mir die Karte. Gib mir die Karte. Die Karte. Sehr gut. So. Gut. In dem Raum ist nichts mehr. Ruto beschwert sich gleich wieder. Ne, 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 was für ein Gentleman, ja. Bin ich auch. Sei froh, dass ich dich überhaupt trage, ey. So, jetzt haben wir das hier frei, genau. Das rote schleimige Ding ist fort. Ja. Ob das bei den anderen auch so funktioniert? Ja, klar funktioniert das so. Navi. Natürlich. Was denkst du denn? So, ich glaube, die müssen wir jetzt... Ach Gottchen. Müssen wir die jetzt alle zu platzen bringen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, rechtzeitig alle. Äh. Mann. Navi, ich drücke nicht nach oben. Ich drücke nach rechts. So. So. Und so. Nein. So. Letzte. Komm. Sehr gut. Ach, wir mussten das so... Oh, wir konnten gar nicht wieder rausgehen. Oh. Lol. So habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist die Zeit auch weg. Und hier drin dürfte dann jetzt locker der Kompass sein, oder? Oder? Ja, natürlich ist hier der Kompass. Schöne Sache. Und ist das hier nochmal? Mann. Das mit dem Zielstick ist ein bisschen komisch, sage ich mal. Schau mal. Naja. Naja. So. Äh. Weg hier. Haben wir hier eigentlich noch einen Weg freigemacht? Den nicht? Nein. Ich glaube, hier hinten den Weg auch nicht, ne? Das hier hinten war ein blauer, glaube ich. Doch, den Weg haben wir freigemacht. Okay, schöne Sache. Sehr, sehr gut. Können wir hier nochmal rein. Und hier sind noch so ein Ding drin. Okay. Zack. 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 So, bekommen wir hier auch was? Ich glaube nicht, oder? Ne. Aber hier ist auch keine, auf der Karte kein Kompass eingezeichnet. So, jetzt dürften wir hier in der Mitte lang gehen können, ne? Ich schätze, ja. Mal eben gucken. Ja. Nice. Sehr nice. So, und hier haben wir jetzt... Ach, stimmt. Okay. Erstmal besiege ich die ganzen Quallen hier. Oh. Nabi. Ich rufe nicht dicht. Nicht dicht. Alles klar, nicht dicht. Zack. Erstmal die Quallen. Und die sind am Nährpix hin. Sehr gut. Nein, bevor es ausholt. Uiuiui. Zack. Und noch einmal. Super. Damit ist es das grüne Schleimdingens in dem vorherigen Raum beseitigt. Und wir können da runterfallen, zusammen mit Ruto. Glaube ich. Brauchen wir dafür Ruto? Ich glaube, wir brauchen Ruto dafür. Bin mir da aber gar nicht so sicher. Sehen wir ja gleich. Nein, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Oh Gott, oh Gott. Hier war das. Genau. Jetzt können wir hier erstmal die ganzen Quallen besiegen, weil die gehen wir auf den Sack. Mit dem Mumarang seht ihr schon, wir können ziemlich weite Distanzen zurücklegen. Oh, hab ich sogar getroffen. Nice. Ähm, und jetzt können wir auch erstmal diese Skull-Tooler hier. Ja, okay. Machen wir es so. Äh. So, besiegen. Eins. Zwei. Eins. Und zwei. Und mit dem Mumarang können wir das jetzt alles einsammeln. Yeah. Zack. So. Schöne Sache, ne? Schöne, schöne Sache. So. Jetzt gehen wir hier lang. Da liegen es mal auch noch einen Weg, aber ich weiß gar nicht, ob wir da... Wer ist der? Danach habe ich gesucht. Hör mich auf die Plattform. Sicher. Ich weiß ja nicht, ob das so gut war. Du bist schon mein Boss. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Oh Gott sei Dank, endlich. Der Stein von meiner Mama. Als ich laut Jabu Jabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. GG. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Mach ich gleich. Aber ich muss glaube ich jetzt erst mal den Boss besiegen. Was ist das? Ah, ein Oktopus. Ja, ich muss jetzt irgend so einen... Gegner besiegen. Genau. Wir sind auch nicht beim Boss. Stimmt, das ist noch nicht der Boss. So. So. Achso, nee. Ich muss ihn hinten angreifen, ne? Genau. Okay, Moment. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, so. So, und jetzt schnell rüber. Auf die andere Seite. Nochmal werfen. Nicht mehr getroffen, was? Oh. Werfen. Nicht getroffen, okay. Werfen. Wieder nicht getroffen, was ist das? Werfen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache, ey. Was? Ich kann da oben ja auf jeden Fall nicht rauf, oder? Ich kann nicht mit einem Boomerang abwerfen. Genau, kann ich dann vorbei? Ne, kann ich nicht. So. Moment. Zack, werfen. Und nochmal werfen. Wie, der hat nicht getroffen, was? Ach man, ich will doch das Boomerang werfen. Das Boomerang werfen. Mann, na wie. Das ist so dumm mit dem Sinc-Stick, ne? Ich komme nicht an. Na wie. Na wie ist so nervig. Da muss der mich einmal treffen. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt geht er auf die andere Seite. Ach so. Okay. Oh, ich hasse das mit diesem Sinc-Stick. Das ist so nervig. So verdammt nervig. So, jetzt dürfte er in die andere Richtung laufen, ne? Eigentlich. Ja, okay. Bam. Haben wir ihn schon? Wir haben ihn. Okay, nice. Oh Gott, oh Gott. Was mit diesem Sinc-Stick ist, ist es halt einfach echt übel nervig, Alter. Übel nervig. So dumm. Hä? Muss mein Mikrofon einmal ein bisschen fester drehen. Äh. So. Passt. Äh. Kamera. So. Zack. Zack. Okay. Meine Güte, ey. Ih. Ey. Okay, dieser Octorok ist ein bisschen nervig. Ah, Mann. Kann ich den... Und... Okay, hab ich. Nein, ich war doch gerade am Springen. Oh. Okay, das ist schon eklig irgendwie, diese Dinger, ne? Sind schon so ein bisschen eklig. Okay, wir sind bei 16 Minuten. Ei, ei, ei. Okay, Moment. So, ich krieg das hin. So. Zack. Zack. Hopp. Hopp. Ei, ei, ei. So, wo sind wir jetzt? Irgendwo in einem Raum. Oh. Ah. Interessant. So, ich guck mal eben auf die Karte. Wir haben auch keine... Ne. Wir haben keine... Räume auch mehr so. Also... Keine... Truhen. Die wir hier noch holen müssen. Okay. Okay. Wir haben einen Raum zwar nicht erkundet, aber da wird mir jetzt keine Truhe angezeigt. Also wird da wohl keine sein. Hier oben... Haben wir hier oben nicht noch einen... Hier haben wir doch, glaube ich, noch einen Skutula, ne? Oh. Mann, du sollst einen Boomerang werfen. Wir können erst mal... Ich höre eine. Ich höre eine. Auf jeden Fall höre ich eine, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt schon wieder. Nur ist jetzt die Frage... Ob das auch wirklich eine goldene ist. Und von wo ich die höre. Da. Okay. Vier goldene Skutulas waren hier, ey. Eigentlich solltest du es nicht mit dem Boomerang machen, aber okay. Das ist mit diesem... Ich komme mit dem C-Stick nicht so klar, ey. Beziehungsweise ich spiele ja mit dem Xbox-Controller. Und ich weiß nicht. Ich habe das vielleicht falsch kalibriert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen ätzend. Sind wir beim Boss? Ich glaube, wir sind beim Boss, oder? Scheint mir wie der Boss. Ich versuche, den noch in diesen Part zu reißen. Oh Gott, oh Gott, ey. Marinade. Klingt irgendwie wie Marinade, oder so. Kannst du mal... Nein, du sollst dich nicht mehr anvisieren. So, das anvisieren. Zack. Und das. So, kannst du uns angriffen? Ja, kann ich. Ja, okay. Hä? Jetzt? Warten? Einmal nur warten? Muss ich warten? Ich glaube, ich muss warten, oder? Hä? Ja, okay. Jetzt konnte ich ihn dann greifen. So. Nein. Oh Gott. Ah, okay. So. So. Zack. Angreifen. Komm schon. Link trifft. Nice. So, 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 weiter. Oh Gott. Uh. Uh. Oh, scheiße. Okay. Und ja. Oh nein. Zack. Das war getroffen. Okay, wir haben es geschafft. Ei, 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 ei. Es ist ja eklig. Ekelig. Richtig, richtig eklig. Aber gut, wir haben es geschafft. Und jetzt noch das Herz. Das Herz. Teil, Herz, Container. Wir haben jetzt drei, sechs, neun Hertz. Eins, ein Hertz fehlt noch, Leute. Dann haben wir, oh, das ist gut. Dann haben wir zehn Herzen. Also die erste Herzreihe komplett. Und gut, Leute. Ich glaube, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.